Hallo Leute und hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Adventure Map, heute mit Maiki und Dr. Seidbert, also Denel. Manche werden jetzt fragen, Herr Denel, ja, Denel, nicht Daniel. Und Maiki ist schon irgendwie, komm mal zurück, Maiki. Du bist so gescheuert. Das ist voll eklig, ey. Ja, Rules, no breaking blocks, unless told you can ooze and craft things you find in chess, play on peaceful difficult. Haben wir jetzt nicht egal, most important fun, no mods, use items in the rooms, welcome to analyze, achso, Intelligenz-Test, ja, äh, ich hab einen Test für dich, es ist, äh, hä, ich kann kein Englisch to perform, äh, serious of test, achso, ich hab viele Tests vorbereitet, die du alle lösen musst, äh, du darfst nicht sterben, und dann bekommst du auch Freiheit, Ja, viel Spaß noch, Professor Madman, one more thing, try to, also wie sollen die Zahl merken, 2417, äh, du besterben, ha, 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 okay. Was haben wir denn hier, ein Holz, was kann man mit Holz machen? In einem Holz? Ja, vier Fingerpferd, oh, da müsst ihr abbauen, ich gehe erst da, und dann müsst ihr, hallo, hallo, ja, Ja, äh, geht mal weg. Es können beide gleich, gleich bleiben. So, und jetzt müsst ihr abbauen, und dann kommt der Nächste, und ich warte hier. Hey. Nicht das Untere, du Idiot, da können wir doch drauf springen. Jetzt haben wir, Mikey. Ich glaub, grad die passende Musik. komm, warte! 3, 2, 1 Sprung! 3, 2, 1 Sprung. 3, 2, 1 Ich werde überleben, dann Es ist eine Ruhe. Vielleicht kann ich da nicht schlagen kann. Warum? Siehst du nämlich gar nicht? Ja, komm hoch, schnell! musik das muss ich mir später ansehen komme ich helfe beim abbauen was ist da drin was war da drin stück kohle ein ofen und fünf eisen aber umgefahren also hier ist sie jeder macht mann ofen eine workbench und manchmal das eisen warte was ist da ist eine schiene ja okay dann musst du mein kart kraften dass sie das geht wenn den so wie ein boot wenn du jetzt nicht weiß wie ein boot gekraftet wird dann weiß ich auch nicht die musik ist so entspannt ich habe nur zwei eisen bekommen aber kein scheiß ich habe keine scheiße bekommen wer hat hier noch kohle so du kommst jetzt noch reisen die musik ist so geil wieder nur zwei stelle eisen ich habe jetzt braten sich gerade der letzte reisen ich krieg das ich krieg das hast du's wer hat's nein ich hab zu tiere lassen auch geh doch auf bis 2 gegen 1 das kommt davon weil ich habe ja mit dem alten angefangen jeder macht eine aufgabe als nächstes macht maike eine aufgabe ich bin jetzt leidig ich gehe weg jetzt bullshit tv gucken geh in die ecke dich schämen na und nur weil ich bullshit tv mal cbs ist der beste hast du also cbs wenn du das siehst ich bin ein sehr großer fan von dir und ich hab dich bei facebook meinst du guckst jetzt meine videos oder was ja wenn du das siehst boah ok maike mach mal nächste aufgabe also da war was war da drin ein gut drei stickies und zwei fahnen ja ok du musst glaub ich ne angel wir hätten die welt mitnehmen nein der hat doch holz dann kann er doch jetzt kommen wir kommen ich bin gefahren ja meine sachen sind doch immer weg hast du meine sachen abgezogen der pole ja warte ich gehe jetzt durch und jetzt mache ich wieder eine aufgabe was ist die nächste aufgabe ich habe eisenerz werkbank ofen und ein kohle was kann man aus drei eisenerz machen einmal ja genau und dann immer höher machen so wie es geht und dann ja na ja warten wir ein bisschen la 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 ich finde die musik so episch dann siehst du den das jetzt meinen das ist der warte ich fange ich fange ich fange ich fange auch hier ich bin schon fange so alter was macht ihr da echt so ich habe ein eimerchen in dem pool pipi machen alter warte ihr müsst mir folgen ich angel jetzt ich angel jetzt oh mikey es geht doch so nicht du bist genial ich bin mikey hey hey ja ok ok jetzt könnt ihr hoch you made it people usually hey also you made it hey schwarz kamo warte ich muss ich muss das so in epische und in zoom hey you made it hey komm schon hey denne macht die nächste aufgabe oh geh jetzt hau ab hau ab mikey wo ist meine sachen mikey gib mir meine sachen mikey gib mir meine sachen you made it people usually die in this room hey what the fuck du musst einmal machen hey komm schon du bist so man, man überlebt das doch ne hau dann mach lieber wenn, hau 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 runtergesprungen ich hab's überlebt dr seugbert kommen wo es mal gehen wie heißt du noch mal bei minecraft wenn ich es nicht so in den nächsten raum gehen ja ich komme mit ja alter ich muss ja erst 20 jahre warten bis ich so ein Drecks Eimer Krieg doch auf die was macht er wir beobachten ihn von nah an m du hupensohn oh ich krieg ich kann alter ich hab ihn oh tschuldigung ja das ist der richtige nein ja ich hab ne nahkampff äh ne fernkampfwaffe ja scheiße scheiße das gibts doch nicht hier ist noch ein Eimer ne slash tp bennys jetzt nein toll so ich hab jetzt hier fehlt falsch welche schallplatte ich will nicht rüber weil ich die da außer sie kaputt gemacht habe du bist so beschränkt warum brenne ich denn schon wieder ja was ist das denn mit zu oh scheiße ich hab die jetzt auch kaputt gemacht ja äh cheater einfach gut eine ja ok war ja mein versehen oh jetzt schreibt nicht äh unsere kusine ein maike wartet mal what the fuck maike du bist so ey scheiße wir müssen cheeten cheeten schnell 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 ich nehme einfach einen knopf geht das auf ja ok ich bin drüben hä what the fuck äh warte warte do you remember the numbers scheiße 4 2 weiß ich 2 1 nein 4 2 1 1 2 2 1 4 7 sowas kennt ihr denn eigentlich ach ne welche schalte habt ihr jetzt falsch umgelegt hä das rau auf ja aber ein einfaches auf ich sehe hier immer nichts was war da drinnen irgendwelche steine ja alter wir seien ein oh doch geht what the fuck das geht gar nicht das geht das zeige ich bei meiner selbstgemachten noch auch ey dann spiel wir nächstes mal deine ja die ist nur für Pete Smith und außerdem ist die noch übel im bauch achso der ist übelste Pete Smith fan ich auch ich mag den vorher so wie mach euch doch auf ja ja was war da drin mikey ähm alter das geht doch nicht wegen so klaust klaust ja dann leg doch da dran staub wie viele wie viele wie viele wie viele ja dann nimm doch dein inventar das hier inventar ja genau er hat's kapiert er hat's kapiert ich hätte mir das nicht durchgesehen was das ist ey ich will jetzt auch eine Aufgabe machen das geht so nicht das Feuer machen dass die Winger schmelzen hier warte hier 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 wieso brauchen wir so viele steine äh um einen Ofen zu machen achso crafting box ich finde die adventure map genial wer hat die eigentlich gemacht keine ahnung aber ich finde sie einfach nur geil ja einfach auf einmal die boxen kaputt zu machen ey das ist die erste box die ich kaputt mache ich hab die nicht gemacht ja und was bringt mir wenn ich wenn ich eichenholz war da noch war da noch irgendwas dabei bist du nicht sollst hier unter den unter diesen äh scheiß drauf wir machen jetzt einfach so kaputt nein dürfen wir nicht wir müssen die zum schmelzen bringen ja ich ich kann ich kann machen du musst da einen Ofen drunter machen und durch die Wärme geht's glaube ich kaputt ja ich hab leck mich Entschuldigung gleich dass ich cheater aber naja so ja ok habt ihr einen Ofen drunter ja nein andersrum a big fail was denn ach du bist doch so beschränkt egal es es ist ja nicht verboten weil oh entschuldigung so 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 hier ist hier ist wasser hier habe ich nicht gesehen so 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 Ja ich mach, ich hab kein Feuerzeug, ich hab doch nix. Von wo hab ich gerade das nicht, ja. Weiß ich selber nicht. Wo ist jetzt eigentlich diese fucking Tür? Ich seh es auf meiner Minimap, so ein bisschen. Aber, naja. Einfach Bendy hinterher. Hier, ich hab's. Was ist der Ausgang? Did you find the lever? Was steht hier Quiz-Time? Äh, which one... Aua! Oh, war richtig. Oh, sehr toll. Wir müssen hier irgendwas finden. Oh, über uns sind auch noch Öfen. Ich hab' ihn. Ich hab' einen Stein. Ja, mach. Ja, wohin? Was für ein Stein? Äh... Pflasterstein. Ach, ich hab' nen Stick. Ja. Komm, gib mir den Stick. Da ist ein Stick. Da ist ein Stein und dann... Ach! Ja, der Nippel. Ich bin der Entscheider wenn... Mach! Junge, komm! Oh! So, oh! Is this... Warte mal. So, which one is the opposite side of the number... Opperside? Was bedeutet das? Ach so, gegenüber. Ich glaub' If you get it wrong... Hab' ich. Der ist so kurz am vorlesen. Da! Hey! Irgendwie ist das hier falsch. Wow! Hä? Waren wir hier nicht grad? Nein. Ja. Oh, ich mag Suchbilder. Oh, aber die Tür ist verschlossen. Ich hab's gefunden. Ich... Ach so, ungelegt. So. Jetzt ist die Tür aufgegangen. Jetzt müssen wir hier rein. Bis von der Seite mal gucken. Äh, wie von der Seite. Ach so, ja. Hier geht's weiter. You just looking behind you. Äh, lol. Hey, hey, hey. Ganz ruhig. Weg gleich nicht mit mir an. Oh, die Tür... Hey! Die Tür war zu. Mach' noch mal. Ja, jetzt ist die offen. Hier unten. This room... Schatz, ich... Parkour. Parkour? Parkour. Voll krass, Junge. Ist denn Daniel wohnt? Wo ist der? Ja. Wir müssen den Fehler in den Redstone, äh, beheben. Was denn? Hier kommt ein Redstone. Ja, okay. Dann geh... Geh mal weg. Geh mal weg. Ja, okay. Jetzt ist die Tür offen. Jetzt müssen wir wieder irgendwie zurückfinden. So. Which block is unbreakable? So, da lang. Hä? Geht doch auch noch nicht hoch. Ja, außen rum, so. Und dann wieder so. Ja, 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 genau. Fahr auf Powerflur. Ach du Scheiße. Okay. Mach mal den Ring aus, der geht mir auf die Eier. Ja. Das wurde schon gedrückt. Okay. Das darf nicht. Nein, wir brauchen... Aber wir müssen uns dann nur einmal kurz hinnehmen und komm. Nein, du hast es bei dieser Adventure Map gesehen. Dass das nicht ging, du. Nein. Jetzt, warte mal. Was steht da? Wenn I flip the switch, dann geht das... Äh, geht das? Ja. Geh... Ja. Das geht. Das geht. Nein. Ja. Nein. Ja. Nein. Ja. Um was wetten wir? Das geht nicht. Um was wetten wir? Um 5 Millionen Euro, das geht nicht. Okay. Eingeschlagen. So. Jetzt geh mal auf Ja. Das geht locker. Geh mal gucken. Wo ist das mein Card? Oh, du... Ey. Ich will das mein Card. Ich will das... Ja, okay. Wir cheaten kurz. Das geht nicht. Klar geht das. Ich gehe auf Ja. Auf meine Seite. Was warst du da? Ja. Und was habe ich gesagt? Das geht. Ich wusste es. Jetzt schuldest du mir 5 Millionen Euro. Das geht nicht. Ja, klar geht das. Was? Verraschen? Ja, sag dich doch! Sven, wann funktioniert das? Wann funktioniert das? Meine Fresse! Kollegen! So. Kingcraft, Äpfel. Was steht denn jetzt? Yes. Ja, warte. Yes. Ich geh mal hier auf Yes. Mal kein Vanille. Ja. Sag dir echt doch mal. Ich hab zwei Hebel. Okay. Ja, hier. Ja, warte. Ich komme sofort. Ey. Gewalt ist keine Lösung. Wohin? Hier oder da? Hier. Da. Dann, 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 dann. Da, dann, 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 dann. Hey. Tower of the Floor 2. Wir gehen erstmal diesen Raum hier, ne? Ah, das ist einfach. Warte. Ey, warte. Ich geh erster. Warte, ich will nämlich erster. So, ich hab nen Hebel. Versuch, das geht. So, wo sind wir denn hier gelandet? Oh. You made mel... You... You mel... Äh. Achso. Yeah. Melons. When... Love this. I know. Master, but the stick. Okay. Hä? Loil? Was musstest du craften, oder was musst du machen? Hier ist ein... Neun Melon. Also ein Melon. Und ein Eichenholer. Da, der das ganz gut macht? Ich hab' die Karte nicht vorgemacht. Mann. Mach's. Warte, Mann. Nein, nein. Warte, du musst... Was hast du... Was hat denn Maik hier aus der Kiste genommen? Nichts. Yeah, Melons. Melons. Aber das hilft dir nicht. Denel, was hast du in der Hand? Oder was hast du im Inventar? Neun Melon und ein... Ein Eichenholer. Jetzt? Ja, wir müssen da irgendwie nach oben kommen. Warte, ich könnte hier das Eichenholer ziehen. Mach mal. Nein, mach aus den einen Eichenholz vier Eichenholz. Ja, genau. Ja, Mann, ich hab's. Ich bin Checker-Mekker. Let's Booker-Ripper. Yeah. Oh, du bist so doof, jetzt komm ich doch nicht mehr hoch. Ja, ich hab aber den Schalter, das ist schon gut. Ja, komm her. Schenk ich dir. Hab ich jetzt zwei Schalter? Ich hab nur einen Schalter. Ach so, den einen hab ich schon, okay. Hier, tu hier. Ja, wo bist du? Ja. Beim Diamantfloor. Tower of the Floor. 3, äh, 3. Zu 3. Ich hab einen Goldblock. Wo seid ihr denn alle hin? Da, hier. Okay. Hä, wo bist du? Wir sind so beschränkt. Also, du. Wie gesagt, du. Ja, ich bin voll. Ach so, das ist ja los. Unlogisch. Ich stelle dich mal auf die Platte. Nein, da muss, da muss ja einer hin. Und gib mal den Goldblock. Ey, müssen wir nicht lang eine Aufnahmepause machen? Ja, so ne kleine Adventure Map, äh, lasse ich immer durch. Ne, du musst ja auf die Platte wieder. Ich mach grad ne andere Challenge. Warte. Doch, du. Du. Ach du Scheiße. Okay. Ich hab schon mal nen Schalter. Der da hinten. Ja, hier. Eigentlich muss man die ja gar nicht machen. Doch. Ah. Okay. Ach, hier ist schon. Hier ist schon. Und was ist jetzt passiert? Ja, hier, die Tür muss auf. Also stimmt da irgendwas noch. Ja, jetzt. Setz the way. Was? Okay, ich bin hier. Why? You don't just give up already. Only one out. Also wir sind die ersten, die das hier überlebt haben. Wusste ich gar nicht. Nein. Was sagt er? Oh, du kleiner Hund. Ich bin aber ne Katze, miau. Ja, wieder ein Glaslabyrinth. Nein. Wo bin ich denn hier gelandet? Ja, wo bin ich denn hier gelandet? Ja, wo bin ich denn hier gelandet? Und mein Antivirus dran. Ja. So. 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 Wo seid ihr? Zuhause. Nein. Na, der ist nicht zuhause. Nein. Na, der ist nicht zuhause. Ich mach hier grad schon alles. Ja, warte doch mal. Do you like Professor Mattmann? Nein, was ich nicht. Wie komm ich hier? Wartet mal auf mich, hallo. Das geht so nicht. Notier dich einfach zu uns. Nee, das geht nicht. Warum? Ja, walk the things. Do you like Professor Matt? Was musste man hier mit diesem Baum machen? Äh, da musste ich den machen, den Baum. Ach nee. What are you going to do with all this stuff? Wird angeschrieben, da fällt der Bucke. Mikey, das kann euch jetzt scheißegal sein. Ich muss aber wissen, wer das ist. Ach so, dieses Mädchen. Nein! Das ist aber! Fuck! Ich bin den anderen... Fuck! Ich bin den anderen Weg gegangen. Ich nicht, ich wusste nicht, wo ich hin muss. Ja, hättest du mal auf uns gewartet. Ja, genau. Oh, ich verzweifle bei dem Sprung. Das geht doch. Ey, ich auch. Das geht doch nicht. Hä, wo ist... Warte, ich bin von hier gekommen. Ist das okay, wenn ich in den Eisen will? Scheiße. Feuerzweig! Du bist so ein Scheißverschiebter. Ich hab Feuerzweig als Clarisse. Ja, ich hab ein Diamantenschwert. Hä? Ja, ich will alles brennen. Oh, jetzt seh ich euch wieder nicht. Das ist gemein. Jetzt können wir dir wieder trauen. Nein! Ja, guck mal, wo ich bin. Das war ein Fehler. Ich war schon oben. Und dann... ...hab ich die Kiste nicht geschnappt. Aber das gibt's doch nicht. Alter, gleich... Ich packe gleich die Angst. Mir geht's auf die Eier. Eier. Ich werfe auf einmal mit Schnippeln. Nee, seh mich nicht. Ist er jetzt extra rausgegangen, oder...? Ah, okay, hast du gut gemacht, Doktor Seugbert. Damit der mir nicht auf die Eier geht mit seinen scheiß Schnippeln. Der hat mich von oben abgeworfen. Jetzt weißt du's, wie es sich anfühlt. Alter, stirbt der nicht, oder...? Ey! Ja, einfach... Ich bin gebarnert. Laber doch nicht! Ey, band ihn! Das geht so nicht. Der hat den Schlüssel. Haha, geopfert! Ja, warte. Äh... Nummer... Slash... Un... Also un... Ist doch bisch! Bist du! Und dann unban. Also un... Und dann ban. Und dann Doktor Seugbert. Du bist... Aus! Deine ist doch gar nicht gelahnt! Was macht der für Scheiße? Au! Au! Haha! Oh, geh kacken! Jungs, was macht ihr da? Nicht mit den Waffen rumspielen! Das war ich so treffend. Die sind beide gelacht. Das war der größte Fehler unseres Lebens zu kaufen. So, leg die Waffe weg! Wirklich alles gar nicht, oder? Ich glaub, die Jungs haben ja manchmal Probleme, du. Au! Ey Dracker! Ja! Sie haben sich Waffen geholt und jetzt drohen sie sich gegen... S... Halt! Ich... 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 Du bist mein Bruder! Scheiße! Alter Leute! Ja! Komm, ich schritt mir aber nicht die ab! Ja! Komm, du bist irgendwie halt aufm Bus! Nein! Du hast mich gewandt! Ich würd' dich entbannen heute! Ich kann! Entbanne mich und alles alles in Ordnung! Wenn ihr entbann den macht! Ich kann das nicht! Ich bin kein Admin, weil du mich ja an OP gemacht hast! Ich bin kein Admin! Schreib einfach Slash Anban Un- und dann Ban und dann... Ahaha! Alte Hure! Boah! A-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha! Was war da denn los? Hallo und Willkommen zurück zu der Krabbelgruppe am Nachhinein. Wie kann ich den jetzt entbannen? Slash Un... Un... Und dann Bann und dann den Namen. Also Slash Unbann zusammen. Alter, guck mal, ich hab hier einen Rumpen. Hab ich dir Headshot gegeben? Du hast mich nicht einmal getroffen. Na klar. Klar. Oder ich hab's nicht gemerkt. Ich kann nicht mehr... Ich kann nicht mehr sprinten. Entschuldigung Leute, es ist Cheatmus. Äh, nicht Weizen. Du hast dich teleportiert. Ich hab mich dir ins Nix teleportiert. Du willst mich jetzt verarschen, ne? Nein. Heute, ne, ich wollte so tun, als wenn ich mich selber abschieße. Ich hab extra nochmal nachgeguckt. Okay, gut, keine Kugel. Ich, ich mach die Pistole... Es ist jetzt nicht mein Telefon. Der ist unser Telefon. Ich drück die gegen... ...gegen meine Stirn. Und da dachte ich, da wär keine Kugel mehr drin. Ich schieß mal. Also... Was muss ich jetzt... Alter, willst du mich eigentlich verarschen? Ja, warte, ich entbanne den und dann sehen wir weiter. Oh, ich mach... Dann lockt... Dann lockt... Dann... Ja. Dann bist du... Ja, muss ich kurz den Server wieder aus und anmachen? Mach das. Wegen Mikey war da nichts klar. Jetzt nimmst du meine Kugel? Nein. Nein, dann willst du mich verarschen. Benny? Ja? Hast du grad ne Aufnahmepause? Nein. Nein? Nein. Nein. Weil wir wollen es jetzt wieder gegenseitig abschießen. Warte, ich mach mal ne... Ne. Ich brauch mal ne Pistole. Ich mach mal ne Pistole. Ja, okay, ich hab den Schlüssel. Hör mal, du machst weiter? Ja, ich hab den Schlüssel, du. So. Jetzt hab ich den zweiten Hebel. Ich mach mal ne Aufnahmepause. Okay, mach ich sofort. Bis gleich. So wieder zurück hier. Haben wir es geschafft. Und das Lied... Naja. Ja, hier wachst du schon. Ja, ich hab den Schalter. Ich komm jetzt hier durch. Chris Time. Warte. Nein, mach zu. Voll korrekt, Junge. Voll korrekt, Junge. Oh. Hier, das ist gratsch. Alle schöne Ideen. Um Leute zu ärgern. Ja. Was haben wir denn hier? Nein. Ich geh mal einfach in die Mitte. Nee, geht ja nicht. Gar nicht. Dann geh ich erstmal hier. Ja, es hat süd noch mal, wer das... Äh, äh... Ich geh rechts. Genau so. Ich hab noch ne Loh. Ja, warte. Ich... Das kann man sich nicht so gut umsetzen. Das ist eindeutig nicht Notch, der diese Map gemacht hat. Ja, ich bin schon überall. Das war die Sache. Ja. Ja. Ja, ich hab jetzt auch nen Hebel. Ich auch. Ja, okay. Jetzt musst du deinen Hebel hier dran tun. Äh... Did I use the mouse to this map? Correct? Nein. This lever will open you. War der lever? Also war deine Kiste? Nö. Meine gute Kollegen, yeah. Was ist da? Das geht nach oben. Just had to look troll face. Sehr witzig. Oh, da sind troll faces. Äh... Merk dir. Grün, rot, braun... Blau. Hä? Grün, rot, braun, blau. Also. Ah, ich hab ne Enderperle. Grün... Rot. Hier ist kein rot. Grün. Nein, ihr müsst mit ne Enderperle. Ihr müsst euch ne Enderperle cheaten. Grün. Grün, rot. 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 Blau. Oh, scheiße. Jetzt. Ja, die Enderperle ist jetzt weg. Ich hab noch Schneewelle. Blau. Hey, nein, 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 nein. Fuck. Fuck, wir ersticken. Wir ersticken. Nein, 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 nein. Hä, 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 hä. Ich seh nichts mehr. Nein. Ey, komm schon. Da sind wir ja wieder ganz am Anfang. Ach, ich hab mich noch gerettet. Ich hab mich noch gerettet. Ach, nee, braun. Da war noch nichts. Setzen. Oh, dann hab ich ja gesehen. Ich musste braun machen und danach blau. So. Hör doch auf, Deine. So. Hör doch auf. Hör doch auf. Hör doch auf. Hör doch auf. Wie kleine Kinder. Hör doch mal auf. Eine Waffe hat zwölf Schussnahrungen. Deine Waffe? Er teleportiert dich einfach jetzt zu mir. Ja. Echt, wir sind auch schon. Einander. Dieser Tunnel wird dich in die Iron-Rum. Irgendwas da. Ja. Denen, wie gibt's, gibt's bei Amazon? Gibt's so, ähm, Metall, also Alu-Kugeln, da muss ich kaufen. Ja, einfach mal. Ja, dann seid ihr am Arsch. Alter, die, die ganz normalen tun schon richtig weg. Das war einer Waffe, die 2,60 Euro insgesamt gekostet hat für jeden. Alter, die waren so böse. Wir packen den Link in die Beschreibung. Was, für die Wappe oder was? Ist ja voll die Verarsche, hallo. Ja, ich wurde hier... Ich habe das mit dem Minecraft nie hinstellt. Das war cool. Das ist eine geil Idee mit dem Minecraft. Da ist eh nichts mehr. Wuhu, das macht so Spaß. Hä, Homies ist tot. Hä, Homies ist tot. Hä, Homies ist tot. You will never escape. Hä, lol. Ah, ich hab's geschafft. Aber was ist passiert? Ach, hier, okay. Hier ist so ein Raum aufgegangen. Was steht hier? Accept Snow and Ice only. Hä, ja, man kann uns aber nicht weiter. wir dürfen hier aber links kaputt machen wir dürfen eis und snow kaputt machen und ich sehe da einen ausgang ja okay ausschuldigung ja dann komm das hierhin hier 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 ja wir dürfen schnee und eis zerstören ja okay jetzt der ausgang frei was ach du kacke ja ein paar warte 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 ich scheiße wo bin ich denn gelandet ja ich bin da gar nicht mehr alle du sitzt da immer noch nein ich bin ich bin schon da wo die lava ist na ja du bist am legen wir raus und wieder rein geh doch einfach nein du bist die kann man eh nicht durch den na klar nein da stand doch jeder sprung ist möglich oder war das bei dem anderen bei den anderen ich bin über die laba bin na ja du wirst sowieso mein kapier sitzt man ja auch mal hier noch das ist unmöglich dieser sprung warte ich nehme kreativ mod kurz weil ich von hier immer noch im ersten turm und ich kann nicht mehr zu euch das ist ja unmöglich ja wir sehen uns gleich so entschuldigungs verschieden aber das musste jetzt einfach mal sein dann zeige ich wieder hoch so stellen noch ein bett hier hin und wir legen uns jetzt schlafen erst dann wir sind ist das überhaupt möglich dieser Sprung hey du sollst nicht mein Bett belegen lege ich schlafen aber nicht auf mein Bett ja spawn einfach zu uns tada ach du bist wieder da ist dieser Sprung überhaupt hier möglich welcher Sprung ja der hier das Bett ist falsch du musst das woanders hinstehen sonst können wir da nicht hinspringen ich war da schon drauf Moment ich muss kurz spawnen ja warum ok warte dann muss ich mich noch mal schlafen legen ja warte ich mache noch mal nacht und alle gehen noch mal schlafen ist mein Bett hier so ganz kurz das geht mir so auf die Eier Mann so leg dich hin schon wieder immer wenn ich springe das gibt's doch nicht kommt schon da kann man nicht ach komm schon ach ey Jungs das macht jetzt hier keinen Bock mehr lass rüber schicken ja was war das denn das hat jetzt keiner gesehen ne ja ok die Sprünge sind gar nicht schaffbar also ab jetzt schon ja davor war auch schaffbar aber ich will die ganze Zeit von Nava attackiert und dann hatte ich keinen Bock mehr und dann habe ich mich noch nicht mehr schau wieder warum bin ich jetzt am brennen ok du bist auf dem Block ich habe auf einmal 15 Eimer gestapelt muss jetzt auf warum brenn ich denn schon wieder egal wie schieten uns jetzt rüber weil die aufnahme dauert auch ein bisschen zu lange entschuldigung schon mal dafür jetzt kommt bestimmt hätte das ist voll die scheiße aber naja man kann ja verstehen wenn man aufnimmt und dann das so lange dauert man regt sich auf man hat kein was machst du gemacht ich lebe 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 bis jetzt auch noch alter ich sehe hier gar nicht ich sehe nichts an mir macht uns ein bisschen Licht ok wo sagt jemand hier braucht man schalter du kleiner hund ich hab den ausgang Aber wir brauchen irgendwie noch... Weißt du? Einfach durch die Mitte gehen. Oh, Mikey! Ist das Licht? Und dann, wenn die brennt, dann mach ich sie weg. Hä, wie kommt man jetzt durch diese Tür? I don't know. Nein, das ist der Eingang. Ja, und wie ist der Ausgang? Ja, warte. Ist das nicht der Eingang? Doch, das ist der Eingang! Alter, ist die Musik closed. Ah! Wo ist denn bitte hier? Lopstone. Hä? voll wird meinem licht aber hier ist doch kein einziger raum ich kann schalter durch ein schalter wir kein schalter alle kein schalter entschuldigungsverschieden leute aber den ausgang nicht mehr eine kiste mit knochen und hier ist wieder kein schalter siehst du das kapiere ich nicht weil die map stand aus der 1.7 vielleicht ist da irgendwas weggepackt kann sein naja was steht da up and down and up es müssen wir machen da stand eine kurze map bis zu einer halben stunde ja sieht man eine halbe stunde fast 50 minuten ja bis zu halb stunde ne man sollte lieber die map spielen dabei aufnehmen und mal gucken und ich habe den schalter gefunden und dann schreiben bis wie viel hast du den schalter gedrückt oder wir sind einfach zu doof oder der macher hat sich ganz verwechselt hier ist nichts aufgegangen ich bin richtig oder nächstes mal nächstes mal nämlich eine fünf minuten map das sieht schon mal nicht gut aus und ich komme zu dir nein du es nicht ich bin hier falsch wie bist du da hingekommen keine ahnung ich bin aus der map gefallen hey sollte kein tt cheaten und dann ich nicht ich bin über irgendwas gelaufen auf einmal ist irgendwas explodiert nein guck ach man nee das gibt es doch nicht ich habe die tür aufgemacht what are you doing now ha 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 keine ahnung wie soll man das bitte schon schaffen ich bin dann wieder aus der map gefahren mit dem boot ich sehe da keine boote war ja mal richtig wenn du dich in deinem boot setzt fällst du runter und wenn du aussteigst bist du wieder in der map dann ja warte wir sehen uns gleich so jetzt sieht man wieder die boote ich setze mich mal rein ich sehe keine boote mehr ihr fallt da runter glaubt mir ich bin dann wieder aufgemacht ich bin dann wieder aufgemacht ich bin dann wieder aufgemacht und dann wieder aufgemacht wenn du aussteigst ja hab ich jetzt ich hab den ausgang wo auf mich oh wo ist denn auch in so ein boot rein Leute ich glaub ich glaub wir müssen irgendwie den button hier drücken welchen button das geht aber nicht warte ich wie sollte man das bitteschön schaffen warte ich guck mal in der lava habe ich auch schon mal in der lava ne gibt's nix ich flieg mal hier bisschen rum ne hier gibt's gar nix ich find's ein bisschen verbuggt die map aber egal voll nach vor die so genial okay hier hat sich irgendwas aufgemacht hier war gerade den no what are you doing no what you will not escape die warte warte nicht fahren sonst ist der ganze spaß weg Nein... Du bist doch so beschränkt Ich hab´s geschafft. Benni, du musst fahren, weil hinter dir will gleich alles explodieren. Dann mach! Denel whack весел Du bist so ein Humo, ne ? Fahr' Ich schubs dich an, fahr' Willst du mich verarschen, Mikey? Hä was? Hä was da denn los? Was war da denn los? Einfach auf, Mikey! Ich will die aktivieren! Waaah! Fah! Waaah! What? Alter! Alter, ich komm nicht mit! Was war da denn los? Geschafft, du hast just completed test, Madman! Thanks for playing! Congratulations, du hast just completed test, Madman! Thanks for playing! And remember, post your feed on the... I really help! Credits! Ja, ja, ja! OH FUCK! Ja, okay! Und damit, tschüss! Und ich hoffe, euch hat's gefallen! Wenn ihr mehr Videos von uns sehen wollt mit Daniel und Mikey, dann liked dieses Video! Hinterlässt einen Kommentar! Ja! Und ich hör TNTs! Ja! Like dieses Video! Also... Was laber ich da? Also, jetzt meine Standard-Endbegrüßung! Wenn ihr nichts verpassen wollt, abonniert diesen Kanal! Liked dieses Video, favorisiert es! Und gebt einen Kommentar ab, wie es euch gefallen hat! Bis dahin noch eine schöne Zeit! Und tschüss, bis zum nächsten Let's Play! Tschüss für die Kosti! Ja, was? Noch eine Aufnahme zu Ende machen! Egal! Tschüss! Tschüss!